Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen gefehlt. Hätte besser laufen können. Definitiv. Ja, komm schon. Ich hab noch nicht mal mein Leben gesehen und er killt mich einfach. Ja. Fängt der gut an. Ach, wieder dieser lange Balken. Das so zu kotzen. Aber wie kann man das denn... Also auf jeden Fall nicht einfach rein stürmen. Das scheint nicht so eine gute Idee zu sein. Ich hab auf jeden Fall schon mal den Typen gesehen, den ich retten muss. Ja, ich hab noch in den Tattoo. Ja, ich hab noch nicht. Ja, ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht an. Ich hab noch nie das. Ich hab noch nie zu, wenn du mit dem Krieg verwendet... Ich hab noch nie zu, dass du in die Hand gehst. Bloop! Du willst der Nächste sein! Du kannst sterben! Hier bin ich erstmal in Schutz. Ja, das sieht nach einem Plan aus. Das sieht nach einem Plan aus. Ja, Medizin! Der kommt doch! Jetzt würde ich nicht sehen, dass er auf mich zielt. Ja, dann komm hoch! Aber es kommt gar keiner. Erst kommt weicher ja. Willst du mich abhängen, du Hund? Aha! Ja! Hm. Halt die Augen offen! Oh-oh! Oh-oh! Soll die Templer töten? Das oben ist auf jeden Fall einer. Zack! Und da ist einer. So nicht, Freundchen. So nicht, Freundchen. Zwei von drei. Der andere wird mit Sicherheit auf der anderen Seite sein. Juh. Da ist er. Zack! Wow! Jetzt würde Patton entkommen. Nunzt euer Adlerauge, um ihn vor den Templern zu finden. Das ist dann wohl schon das Gebiet. Da war er nicht. Ah, da ist wieder ein Punkt, den ich mehr holen kann. Als hätte ich nichts besseres zu tun. Oh, lasst mich doch mal durch. Oh, oh. Nein, ich habe kein Wort. Alter. Irgendwo ist gut. Er wird da mit Sicherheit irgendwo drinnen sein, oder? Oh, Homies. Was für ein Sinn macht das denn hier, zwei nebeneinander zu haben? Da ist er. Er hat sich in der Gegend-Revolutionärs. Oh, nein. Und da ist das. Ach, das ist. Vergiss, es ist auf sich. Hääää... Oh mein Gott. So ein Nicht-Freundchen. Haha. Au. Komm schon, das schaffe ich. Oh mein Gott. Verdammte Zau, die Freiheit hat keine Verwendung für mich. Ja. Ja. Das bleibt nicht ungesehen. Ach ja? Halt's im Maul. Du schwere Löter. Kacke war das schwer. Höh. Da, 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 da. Wie viele... Oh. Ich hab nur noch eine. Gar nicht gut. Komm schon. Müsst doch hier irgendetwas haben. Gut. Guter Junge. Der hat schon mal was. Aber nur eine Medizin. Ja, weiche Eier. Nur richtig, die Männer haben Unmengen an Medizin dabei. Und ihr? Einer hatte gerade mal eine dabei. Erbärmlich. Oh. Oh. Was? Wer hat mich denn da? Du etwa. Du hast mich. Ja. Du hast mich. Du hast mich. Komm hier rüber. Gib dir meine berühmte Zahnexplosion. Du gehörst mir. Das hat Wind. Wow. Das war ein Headshot. Helfe noch eins. Von oben. Von oben, Alter. Ja, da sollte ich vielleicht auch nicht einfach so reinschampen. Vielleicht sollte ich da wohl das machen. Was mir gesagt wird. Ihn finden und eliminieren. Äh, befreien. Befreien, natürlich. Also, anfangs hatte ich noch einen gesehen. Hm. Ja, er speichert und speichert und lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Oh. Dieser Balken ist so zum Kotzen. Ablenkung. Sieht aus, als würde Paton entkommen. Luft euer Adler-Auge, um ihn vor den Templern zu finden. Ich weiß nicht mal, was das hier bringen soll. Dann sagt er, hier irgendwo wird das sein. Auf jeden Fall nicht. Gut, den schon mal geklebt, den Busch. Na, auf dem Friedhof gammelt er. Das bekomm ich hin. Das bekommen wir hin. Oh ja. Wir werden ihn befreien. Paton muss sich hier irgendwo verstecken. Versteckt sich. Was willst du denn jetzt? Was? Wo bin ich? Hm. Der scheint wohl unterüretisch zu sein. Also muss ich dort rein. Oh. Ah, da ist so eine Tür. Oh, shit. Ey, das krieg ich nicht hin. Mäu ich woanders durch. Wird ja alles zum gleichen Ort. Boah, wie viele Tote es hier gab. Boah, heftig. Ja, das ist... Das sind hier zu viele. Hier muss ich raus. Jetzt geh ich wieder drauf. Oh, das war ein bisschen zu weit, aber egal. Oh, das war ein bisschen zu weit, aber egal. Hörst du mal eben. Was? Erkürzung? Erdapten Lungen. Brennen. Was? Toll, elitige Hilfe Das war einfach Einer weniger Einer weniger Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Und wieder einer weniger Ich habe keine Ahnung, wohin Ich decke euch Bürger, du da, ich halte dich nieder So Durchgelaufen, zwei gekillt Zack und wieder einen Schütze weniger Alter, du sollst doch nur hier runter springen Das gibt's doch nicht Das, Alter Halt, halt die Fresse Halt einfach die Fresse Ich will doch nur an dieser Stelle hier Er wird müde Mehr Druck, Druck Was? Entweder kämpft er für mich oder gegen mich Der Kuckuck Slitch Ah, da kamen sie alle Ja, da kamen sie alle Oh, oh Oh, oh Ha Selft So nicht Hörf Hörf Ah Abwegen sind sie jetzt alle weg Ich hoffe jetzt nur, da ich nicht irgendwie Mich ganz blöd anstelle und dann trotzdem noch sterbe Das wäre dann sonst sehr scheiße Wie viel habe ich jetzt? Zwei habe ich Ah Gar nicht gut Und natürlich hat niemand Was dabei Ah doch Ja Dich kann ich zählen, Digga So Hier will ich hin Gut Aber wie es weiter geht Das sehen wir in der nächsten Folge Bis dahin Ciao